Hallo, ich bin Iris Elster. Ich arbeite im Bruchsaal bei der Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes. Ich möchte euch jetzt erstmal so Grundsätzliches zum Thema Verhütungsmittel nahebringen. Zuallererst, die hormonellen Verhütungsmittel sind alle rezeptpflichtig. Das heißt, ihr müsst zu einem Frauarzt, zu einer Frauenärztin gehen, mit ihr das besprechen, welches Verhütungsmittel das richtige für euch ist. Altersmäßig ist es so, dass in der Regel ab 16 ohne Einwilligung der Eltern verordnet wird und wenn ihr jünger seid, kann es schon sein, dass der Arzt sagt, er möchte ein Gespräch oder eine Einwilligung der Eltern haben oder eines Elternteils, aber der Arzt oder die Ärztin dürfe auch entscheiden, wenn sie sehen, okay, ihr wisst, was ihr tut, dass ihr euch dann auch ein Rezept ausstellen dürfen. Also es ist sehr unterschiedlich, kann man nicht so generell sagen, ab welchem Alter. Was sicher ist, ist, dass man bis zum 22. Geburtstag die Verhütungsmittel kostenfrei bekommt. Allerdings muss man ab 18 eine Rezeptgebühr bezahlen, in der Regel 5 Euro. Und egal, was der Frauenarzt, die Frauenärztin mit euch entscheidet, bekommt ihr auch die teureren Verhütungsmittel bezahlt. Also es muss nicht nur die Pille sein. Bei Privatversicherten ist es so, dass da erstmal das Verhütungsmittel selber bezahlt werden muss und man es dann bei der Gangkasse einreicht, bei der Privaten. Und da ist es halt oft so, dass es, wenn ihr noch keine 18 seid oder auch wenn ihr 18 seid, es meistens natürlich auch über die Eltern läuft, weil die ja für euch die Versicherung abgeschlossen haben. Bei den anderen Versicherungen ist es eher so, dass die Krankenkasse da ja keine Meldung macht. Ich möchte euch jetzt ein Verhütungsmittel für die Jungs vorstellen, aber auch für euch Mädels ist das interessant, weil nicht alle Jungs wissen, wie das richtig funktioniert. Also von daher solltet ihr auch darüber Bescheid wissen, nicht ausschalten, dabei bleiben. Aber wie gesagt, das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, das Jungs oder Männer anwenden können. Es gibt viele verschiedene Kondomsorten und es gibt auch verschiedene Größen, da sage ich später noch was dazu. Wichtig ist nicht die Marke oder wie das aussieht und welche Farbe es hat, sondern, dass es funktioniert. So, das ist das Wichtigste. Gern darf man verschiedene auch mal ausprobieren und wenn ihr mal bei den Drogeriemärkten oder auch bei Aldi, Lidl oder sonst irgendwas, das ist keine Schleichwerbung. Ihr guckt einfach, wo ihr einkaufen geht. Mittlerweile stehen die tatsächlich auch dort im Angebot. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, ob das eine bestimmte Marke ist, sondern dass es A die richtige Größe ist und dass es einfach euch angenehm ist, die zu benutzen. Was man ein bisschen oder wo man ein bisschen drauf achten soll, ist, braucht ihr ein eher trockenes Kondom, weil das einfacher von der Handhabung ist und wollt ihr vielleicht dann noch ein Kleidmittel dazu benutzen, dann müsst ihr darauf achten, dass es auch eins ist, was Kondom verträglich ist, also keine Cremes oder Vaseline benutzen, sondern sogenanntes Kleidgel, weil Vaseline und Öle die Kondome aufweichen können und die dann tatsächlich dadurch reißen könnten. Genau, wo ihr auch noch drauf achten müsst, ist, dass auf den Kondomen steht oder auf der Packung steht grundsätzlich ein Haltbarkeitsdatum. Ihr fragt euch, warum brauche ich das? Ja, da steht es drauf und ihr solltet auch darauf achten, dass die Kondome noch haltbar sind, weil Gummi dann halt irgendwann vielleicht sich ja auch zersetzen kann. Und was auch wichtig ist, dass es ein Kondom ist, was ein CE-Zeichen hat, weil es ist nämlich geprüft. Alle Kondome werden getestet und geprüft, deswegen ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass es beschädigt ist, wenn ihr es richtig anwendet. Was auch sehr wichtig ist, dass ihr es nicht mit einer Schere aufreißt, dass die Verpackung noch unbeschadet ist. Das merkt ihr, ob da noch Luft drin ist oder nicht. Wenn die so eingezogen ist, dann könnt ihr das Kondom gleich wegschmeißen. Dass ihr es nur einmal verwendet, auch ganz wichtig. Und dass ihr es richtig rumverwendet. Aber das zeige ich euch nachher noch. Wie gesagt, es ist nicht so, dass die Mädchen sich da jetzt ausschalten können. Ich empfehle immer, wenn ihr sexuell aktiv werdet, auf jeden Fall immer ein Kondom dabei zu haben. Es schützt nämlich nicht nur vor einer Schwangerschaft, sondern es schützt auch vor Geschlechtskrankheiten. Egal, ob das jetzt Aids, Syphilis oder andere übertragbare Geschlechtskrankheiten ist. Das Kondom schützt davor. Ich möchte euch jetzt noch mal kurz erklären, auf was man achten muss beim Kondom benutzen bzw. erst mal abchecken, welche Kondomgröße brauche ich. Und dafür gibt es ein sogenanntes Kondometer. Das heißt wirklich so. Das legt man über den steifen Penis oder um den steifen Penis rum. Wickelt man so rum. Könnt ihr da im stillen Kämmerle testen. Dann seht ihr hier eine Farbe. Also hier ist es orange. Und dann sehe ich bei diesem Orangenen ist es so, dass es ein Standardkondom wäre, was ihr benutzen müsst, solltet, dürft. Es macht Sinn, dass man die Kondomgröße weiß. Also zu großes Kondom rutscht ab und ein zu kleines Kondom ist entweder nicht überziehbar oder einfach zu eng und unangenehm und das will man alles nicht. Die meisten Jungs bzw. Männer benutzen ein Standardkondom, aber danach wisst ihr dann auch, was ihr zu benutzen habt. Vorhin habe ich schon erwähnt, die richtige Anwendung. Das heißt, wenn ihr das Kondom in die Hand nehmt und geprüft habt, da ist noch Luft drin, dann wisst ihr, dass es unbeschadet ist. Wichtig ist, dass es aufgerissen wird und nicht mit einer Schere aufgeschnitten wird. Und wenn jemand sehr spitze Fingernägel hat oder gerade die Mädels vielleicht ein bisschen lange Fingernägel, dann bitte schaut, dass ihr das so seitlich aufreißt und nicht mit den Fingernägeln da rumstochert. So, dann macht ihr die Packung auf. Dann lasst ihr das Kondom hier raus. Und dann müsst ihr schauen, dass es richtig rum aufgesetzt wird. Es kann natürlich passieren, dass es im Eifer des Gefechtes oder wenn es dunkel ist, dass man merkt, beim Überziehen, ich habe das falsch aufgesetzt. Das merkt ihr aber, also wenn man das jetzt einfach mal hier auf dem kleinen Dildo hier, dann merkt ihr schon, ich habe es jetzt absichtlich falsch gemacht. Es geht nicht runter. So, dann schmeißt ihr das Kondom weg, weil hier sind jetzt nämlich schon vielleicht von euch ein paar Tropfen von der Flüssigkeit, die ja der Penis absondert, schon drauf. Und das sind die sogenannten Lusttropfen. Und in diesen Lusttropfen können schon Spermien drin sein. Das heißt, nochmal, ich zeige es euch jetzt. Ihr dreht es rum, wo sind jetzt die Spermien, wenn da schon welche drauf sind. Die sind nämlich jetzt außen drauf. Ja? Wenn ihr das jetzt überzieht und ihr dann mit eurer Freundin schlaft, dann fördert ihr, befördert ihr die Spermien eurer Freundin in die Scheide und sie könnte trotz Kondom schwanger werden. Also ihr schmeißt dieses Teil, wenn ihr merkt, ihr habt es verkehrt drum drauf gezogen, einfach weg. Das ist mal das Allerwichtigste. Ich würde jetzt das Kondom trotzdem benutzen, weil da sind ja keine Spermien drauf. Er ist ein Gummiteil. Ja? Einfach, weil ich jetzt nicht nochmal eins aufmachen möchte. So, ihr nehmt es hier oben, ihr guckt vorher, ah, das kann ich abrollen. Ihr setzt es auf den Penis drauf, ich hier auf den Billy Boy Dildo und rollt es runter. Ganz nach unten. So. Dann sitzt das Ding fest. Es ist in Ordnung. Es ist auch die richtige Größe, weil wir haben es vor allem im Kondometer benutzt oder ausgemessen. Ihr hattet jetzt Geschlechtsverkehr. Was passiert da? Dann gehen natürlich die Spermien hier in dieses Ding rein. Es macht aber auch nichts, wenn das Peep drauf sitzt. Also deswegen könnt ihr trotzdem das benutzen, weil es ist sehr dehnfähig. Ihr hattet Geschlechtsverkehr. Die Spermien sind hier drin. Irgendwann zieht ihr euren Penis raus und dann müsst ihr darauf achten, dass ihr den Kondom festhaltet. Nämlich hier unten, weil an euch mit zusammen mit eurem Penis rauszieht, dass das Teil nicht, dass das Kondom nicht in der Frau praktisch drin hängen bleibt oder verrutschen kann. Und dann ist es optimal, wenn ihr das Ding wieder abrollt. So. Die meisten machen einen Knoten rein, dass da auch nichts rauskommt. Wenn ich das jetzt hinkriege. So. Und dann schmeißt ihr das weg. Aber nicht in die Natur oder sonst irgendwo hin, sondern bitte in einen Behälter, wo es auch rein gehört. Ja. Ich finde nichts ekelhafteres, als irgendwo Kondome in der freien Natur zu finden, die auch noch gefüllt sind. Ja. Das war's schon. Im Prinzip sieht es einfach aus. Ich empfehle euch, testet es mal oder die Mädels probiert es mal aus. Ihr könnt auch eine Banane dazu nehmen und dann passt es auch. Und dann ist man vielleicht in der Situation, wenn es soweit ist und wenn man erregt ist und sich auch darauf freut, etwas geübt habe, wenn man das das erste Mal macht. Ich möchte euch jetzt die Pille vorstellen. Wie ihr seht, gibt es ganz viele verschiedene und die bestehen alle aus einer bestimmten Hormonzusammenstellung oder auch mit nur einem Hormon, das man die ganze Zeit nimmt. Die Pille wird als Tablette eingenommen und es gibt halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man nimmt die 21 Tage ein und macht dann 7 Tage Pause. In der Zeit wird dann auch die Regelblutung einsetzen. Aber es gibt auch Pillen, die nimmt man 22 Tage und macht dann nur 6 Tage Pause. Und es gibt Pillen, die nimmt man 28 Tage durch, wobei dann meistens 6 oder 7 Tage eine wirkstofffreie Tablette mit dabei ist. Die Pille muss man regelmäßig einnehmen. Da sage ich nachher gleich noch was dazu. Von der Wirkung her ist es so, dass auch hier wie bei vielen anderen hormonellen Verhütungsmitteln der Eisprung verhindert wird. Auch hier wird die Gebärmutterschleimhaut verändert, dass falls es doch mal aus Versehen zu einem Eisprung kommt und zu einer Befruchtung das Ei sich nicht einnisten kann. Und auch der Schleim im Gebärmutterhals wird verändert, sodass die Spermien da Probleme haben, durchzukommen. Was ganz wichtig ist, klar, es ist von Frauenarzt, Frauenärztin zu verordnen. Mit der könnt ihr auch drüber reden oder mit dem Arzt könnt ihr drüber reden, welche Pille vielleicht die richtige für euch ist. Weil wie gesagt, jede Pille wirkt ein bisschen anders. Man muss auch wissen, wenn man eine Pille gerade nicht verträgt, sollte man auf jeden Fall dem Arzt Bescheid geben, dass er nochmal was anderes versuchen kann. Wichtig ist, die muss regelmäßig eingenommen werden. Man darf nicht allzu lange Pausen haben. Man sollte sich eine Zeit festlegen, die für einen ganz gut ist, dass man auch weiß, okay, da bin ich relativ zuverlässig, dass ich die jeden Tag nehmen kann. Tipp ist immer Handynachricht, das praktisch als Bandklingelton ins Handy einzugeben, dass man das nicht vergisst. Vielleicht kann man das auch mit einem Partner besprechen. Der darf einen ja vielleicht auch mal daran erinnern. Was ist, wenn ich die Pille vergessen habe? Da ist es ganz wichtig, den Beipackzettel lesen, auch wenn der sehr ausführlich ist. Aber es ist einfach so, dass jede Pille eine andere Möglichkeit oder Lösungsmöglichkeit hat, je nachdem, wenn man eine vergessen hat. Was man noch beachten muss, ist es, dass es verschiedene Medikamente gibt, also andere Medikamente, die die Wirkung der Pille herabsetzen können. Was auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, wenn man Antibiotika nimmt, dass man dann in der Zeit auf jeden Fall bis zur nächsten Regelblutung mit Kondome verhütet, weil Antibiotika sind bekannt dafür, die Pillenwirkung herabzusetzen. Es gibt aber auch Antidepressiva, also wenn man Depressionen hat und da Medikamente nimmt. Ja, es gibt, wenn man Durchfall hat, ist es halt auch so, je nachdem, wenn man die Pille genommen hat und man hat Durchfall oder Erbrechen innerhalb der nächsten vier Stunden, ist es halt logischerweise so, dass die Pille dann mit rauskommt. Da sollte man auf jeden Fall auch in der Packung schauen, was tue ich da oder im Notfall auch mal einen Arzt anrufen oder die Ärztin anrufen. Wenn jemand Paspertin kennt, das ist, wenn man Übelkeit hat und das Medikament einnimmt, wird es herabgesetzt und es kann auch bei entzündungshemmenden Schmerzmitteln passieren. Ich weiß, die Packungsbeilage ist sehr ausführlich, aber wenn man einfach Fragen hat, dazu darf man auch gerne in eine Apotheke gehen oder wie gesagt Arzt oder Ärztin fragen. Empfehle ich auch. Was auch immer ganz gut ist, zu wissen, dass zum Beispiel Kreppfrut, Pomelos oder Bitterorangen die Aufnahme des Wirkstoffes reduzieren können. Also ich will euch jetzt nicht das ausreden, aber da vielleicht ein bisschen achten drauf. Es gibt auch noch andere Medikamente, die nicht wirken, wenn man diese Früchte ist. Weiß man manchmal gar nicht und ist dann erstaunt, warum man dann doch irgendwelche Wirkungen nicht hat oder bei der Pille vielleicht ungewollt schwanger wird. Das hier ist der Vaginalring, auch Hormonring genannt. Der wird in die Scheite eingeführt. Auf diesem Ring, wie ihr hier seht, sitzen Hormone. Der Vaginalring, der bleibt 21 Tage in der Scheite. Nach 21 Tagen muss man ihn rausnehmen. Der bleibt dann sieben Tage draußen. Also man macht sieben Tage Pause. In der Zeit beginnt dann die Regelblutung. Und dann muss man daran denken, dass man ihm genau nach sieben Tagen einen neuen Ring wieder einsetzt, dass das Ganze wieder von vorne beginnt. Der Vaginalring wird von euch selber eingesetzt, jedes Mal wieder. Die Frauenärztin, der Frauenarzt verordnet es aber, weil es wie bei anderen Verhütungsmitteln, bei Hormonellen immer über ein Rezept laufen muss. Der Vaginalring gibt Hormone ab. Diese Hormone bewirken dann, dass der Eisprung verhindert wird, dass die Gebärmutterschleimhaut sich weniger aufbaut und auch, dass der Schleim im Gebärmutterhals sich so verändert, dass Spermien ganz schlecht in die Scheite gelangen können oder das zum Großteil komplett verhindern. Es ist ein Verhütungsmittel, was im Prinzip sehr einfach zu handhaben ist und es ist sehr sicher. Das ist, weil es sitzt und man muss vielleicht ab und zu mal nachspüren, ob er noch drin ist. Aber eigentlich merkt man das dann selber. Bei jungen Mädchen ist es sehr unwahrscheinlich, dass der von alleine rausrutscht. Das kann nur sein, dass es durch den Geschlechtsverkehr vielleicht mal passiert, dass der mit nach draußen gelangt, sozusagen. Ich würde es euch nur mal ganz kurz zeigen, wo der dann sitzt. Nur, dass man sich das mal vorstellen kann. Da nehme ich das Bild hier. Ihr seht, hier ist die Scheide und hier ist der Muttermund. Und es wird im Prinzip der Ring wird so zusammengedrückt, wird mit dem Finger in die Scheide eingeführt und wird nach oben gedrückt und dann entfaltet er sich hier oben vor dem Muttermund und da bleibt er optimalerweise liegen. Wenn der verrutschen würde und so schräg drin liegt oder so, verhindert es nicht die Verhütung, weil es ist nur wichtig, dass der in der Scheide drin sitzt. Ich möchte euch jetzt ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel vorstellen bzw. ich rede jetzt über zwei verschiedene Verhütungsmittel. Und zwar ist es einmal die Kupferkette und die Kupferspirale. Vom Prinzip her, von der Anwendung her, sind beide gleich. Allerdings sehen die unterschiedlich aus. Ich sage auch gleich am Anfang, die Kupferkette habe ich nicht zum zeigen dabei. Sowohl die Kupferkette als auch die Kupferspirale werden beide grundsätzlich von einem Arzt, von einer Ärztin eingesetzt. Die kommen in die Gebärmutter rein, bleiben dort ungefähr drei bis fünf Jahre in der Gebärmutter und verhindern eine Schwangerschaft einfach durch die Abgabe dieses Kupfers. Was sie bewirkt? Sie bewirkt, dass die Spermien nicht so beweglich mehr sind. Das heißt, in der Regel kommen die gar nicht erst in die Gebärmutter rein und es verhindert auch, falls doch mal zufällig eine Spermie ein Ei findet bei euch, verhindert diese Kupferzugabe in der Gebärmutter, dass ein Ei sich einnisten kann. Und wenn die richtig liegt und alles optimal ist, ist die auch sehr sicher. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Ich würde euch das nochmal ganz kurz zeigen, wie das dann aussieht, wenn die Kupferspirale in der Gebärmutter drin sitzt. Also ihr seht, das hier ist die Gebärmutter, das ist die Scheide und das ist der Muttermund und da wird die Kupferspirale eingelegt und ihr seht hier dieses Teil und da ist praktisch hier an diesem Stäbchen ist diese Kupferspirale drauf. Und die Kette, müsst ihr euch vorstellen, wie eine normale Kette mit lauter runden Kugeln drauf und die wird dann je nach Größe der Gebärmutter auch da reingelegt. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zur Hormonspirale. Auf der Hormonspirale befinden sich Hormone, die dann über die Gebärmutter, wo auch die Spirale drin sitzt, ihre Wirkung zeigt. Die Hormonspirale muss grundsätzlich auch von einer Frauenärztin, von einem Frauenarzt eingesetzt werden. Das heißt, man muss vorher erstmal gemeinsam überlegen, ob das auch die erste Wahl für ein Verhütungsmittel ist und wenn ihr euch dafür entscheidet, wie gesagt, läuft das Einsetzen über Frauenarzt, Frauenärztin. Die Hormonspirale gibt es in verschiedenen Größen und seit einiger Zeit tatsächlich auch für jüngere Mädchen, können das auch schon vor der Geburt des ersten Kindes sich einsetzen lassen. Drin bleiben können die drei bis fünf Jahre, je nach Spirale. Das kommt natürlich auch auf die Aderspirale drauf an. Was passiert? Die Hormone verändern die Gebärmutterschleimhaut. Meistens bleibt der Eisprung erhalten. Das heißt, die natürlichen Abläufe im Körper laufen weiter ab, sozusagen. Aber dadurch, dass die Schleimhaut verändert wird, beziehungsweise sich gar nicht mehr aufbaut, könnte theoretisch ein Ei sich da auch gar nicht mehr einnissen. Nicht nur theoretisch, sondern praktisch auch nicht. Und was aber auch verhindert wird, ist, dass der Gebärmutterhals, die Schleimhaut da sich so verändert, dass meistens keine Spermien mehr in die Gebärmutter reinkommen können. Das heißt, es kann gar kein Ei befruchtet werden, weil keine Spermien drin sind. Die ist sehr sicher, hat eine von den höchsten Sicherheitsstufen oder Pearl-Indexe, die es bei den hormonellen Verhütungsmitteln gibt und hat auch eine geringere Hormonabgabe als andere hormonelle Verhütungsmittel. Man hat eine schwächere bis gar keine Regelblutung mehr, was für manche nicht so vorteilhaft ist, weil sie einfach ihre Abläufe gern spüren wollen. Das muss man einfach vorher wissen. Und hat aber auch oft weniger Regelbeschwerden. Also wenn man das so mit dem Frauarzt bespricht und ich sage, ja, das ist ein gutes Verhütungsmittel für dich, dann kann man sich das tatsächlich überlegen. Wie gesagt, bezahlt wird es, wenn man noch keine 22 ist, weil das Einlegen kostet natürlich einiges, aber wird dann auch von der Krankenkasse bezahlt, wenn es der Arzt so verordnet. Ihr seht hier eure Gebärmutter und das hier ist diese Hormonspirale. Hier sitzt die Kupferspirale drin. Die denkt ihr euch jetzt einfach mal weg und genau da kommt dann auch diese Hormonspirale rein. Ja, also im Prinzip ist es eine ähnliche Optik, aber auf dem kleinen Stäbchen hier, da sitzen die Hormone drauf. Ja, jetzt stelle ich euch das Verhütungspflaster vor. Wie der Name schon sagt, ist das ein ganz normales Pflaster. Sieht auch so aus. Ich zeige es euch nachher auch noch. Von der Wirkung her, auch da sitzen Hormone drauf. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, wieso Pflaster, wieso auf die Haut. Durch die Haut können die Hormone in den Körper gelangen und werden dann im Prinzip mit dem Blut weiter transportiert und bewegen dann im Prinzip auch dasselbe wie alle anderen hormonellen Verhütungsmittel. Ihr müsst es so anwenden, dass die Haut vorher nicht eingecremt ist und trocken und sauber ist. Und dann wird es jeweils eine Woche lang aufgeklebt, das ganze dreimal hintereinander und dann wird eine Woche Pause gemacht. In dieser Woche setzt die Regel ein. Und dann muss man daran denken, dass man es nach genau einer Woche oder nach sieben Tagen ganz genau wieder das nächste Pflaster aufkleben muss und dann wiederholt sich das immer wieder. Sollte es tatsächlich mal abgegangen sein, normalerweise bleibt es beim Duschen und auch wenn man schwimmen geht, auf der Haut kleben, aber manchmal kann es halt mal passieren, dann muss man schauen, dass es spätestens nach 24 Stunden wieder aufgeklebt ist. Also dann halt ein neues. Das alte klebt in der Regel eigentlich dann nicht mehr. Das Verhütungspflaster verhindert den Eisprung und da wird ebenfalls die Gebärmutterschleimhaut verändert, dass ich, falls es doch mal zu einem Eisprung kommen sollte und zu einer Befruchtung das Ei gar nicht erst einnisten kann. Zur weiteren Sicherheit wird der Schleim vom Gebärmutterschleimhaut auch verändert, damit die Spermien da nicht durchkommen können. Bei korrekter Anwendung ist es auch ein sehr sicheres Verhütungsmittel und wie bei allen hormonellen Verhütungsmitteln muss man das mit dem Arzt besprechen, und auch ein Rezept sich dafür ausstellen lassen. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz das Pflaster, damit ihr euch vorstellen könnt, wie groß das ist. Also ihr seht, das hier sieht aus wie ein ganz normales Pflaster, ist Hautfarben und man sollte es natürlich an eine Stelle aufkleben, die nicht so strapaziert wird. Also auf jeden Fall nicht in die Kniekehle und nicht in die Armbeuge. Aber ansonsten ist es eigentlich egal, wo man das hin klebt. Ich stelle euch jetzt die 3-Monats-Spritze vor. Die 3-Monats-Spritze ist ein hormonelles Verhütungsmittel und wird, wie der Name schon sagt, gespritzt. Die Spritze wirkt 3 Monate lang, auch das sagt der Name. Auch wieder wird vom Arzt injiziert und auch vom Arzt verordnet. Der Eisprung wird dadurch verhindert. Außerdem wird die Gebärmutterschleimhaut nicht so stark aufgebaut und auch der Schleim im Gebärmuttermund verändert sich, sodass die Spermien da nicht so richtig durchkommen können. Man muss dazu sagen, dass sie einige Nebenwirkungen hat, aber das muss immer mit dem Arzt oder mit der Ärztin besprochen werden. Und es ist halt eine Verhütungsmethode, wo ihr sehr sicher sein könnt und auch zuverlässig, weil im Prinzip können keine Fehler passieren, weil ihr sie vergessen habt oder so. Aber wie gesagt, immer eine Entscheidung mit dem Arzt zusammen und da muss man das auch abwägen, ob die Nebenwirkungen und der Nutzen, was da überwiegt. So, jetzt zeige ich euch das Hormonstäbchen. Wie auch wieder der Name sagt, da sind Hormone drauf. Das Hormonstäbchen bewirkt auch wieder, dass der Eisprung unterdrückt wird, dass die Schleimhaut sich in der Gebärmutter weniger aufbaut oder gar nicht aufbaut und auch, dass der Schleim im Gebärmutterhals sich verändert, dass die Spermien nicht durchpassen. Wenn ihr euch fragt, wie wird es angewandt, es wird nicht geschluckt, sondern es wird von der Frauenärztin hier in die Armbeuge eingesetzt mit einer ganz dünnen Spritze, mit einer Kanüle. Die Frauenärztin, die uns das mal erklärt hat, hat gesagt, sie hat es an sich selber getestet, weil sie das niemand anders empfehlen will, wenn sie das nicht selber weiß, wie das funktioniert. Und sie hat gesagt, es ist wirklich nur ein Pieks wie bei einer Impfung. Die bleibt drei Jahre drin, hat aber eine bestimmte Hormongabe praktisch. Also da sind auf diesem Plastikteil Hormone drauf, die drei Jahre im Körper wirken und man sollte das erst mal vorher so auch drei Monate lang mit einer Pille testen, ob man die Hormone überhaupt verträgt. Aber das bespricht die Frauenärztin, der Frauenarzt mit euch. Zum rausnehmen, weil man will ja das auch nach drei Jahren wieder raus haben, ist es tatsächlich so, dass an der Stelle, wo das eingesetzt wird, eine örtliche Betäubung vorher gespritzt wird, weil dann muss ein kleiner Schnitt gemacht werden. Also im Prinzip alles nichts Schlimmes. Und wie gesagt, auch von einer Frauenärztin getestet. Die hat uns das bestätigt, dass das nicht so weh tut oder gar nicht weh tut beim Einsetzen. Und ihr besprecht das einfach mit dem Arzt, mit der Ärztin. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Sachen zur Pille danach erklären. Ja, die Pille danach, was ist das? Es ist ein Mittel, das man bei einer Verhütungspanne, egal was passiert ist, einnehmen kann. Es ist mit Hormonen besetzt, also eine hormonelle Geschichte. Aber es ist kein Verhütungsmittel. Das möchte ich auch gleich zu Anfang ganz deutlich sagen. Wenn etwas mal schief gegangen ist, sprich das Kondom gerissen ist, oder ihr im Nachhinein merkt, oh Gott, ich habe jetzt doch die Pille vergessen gehabt. Und hinterher dann euch bewusst wird, oh Gott, es hätte jetzt passiert sein können oder es könnte was passiert sein. Dann ist es mal ausnahmsweise zu benutzen. Und es ist auch dann tatsächlich sinnvoll, um dann eben nicht ungewollt schwanger zu werden. Was macht die Pille danach? Die verschiebt den Eisprung. Und zwar um so viele Tage, dass es nicht mehr gefährlich sein kann. Das heißt aber auch, wenn ihr zu dem Zeitpunkt schon einen Eisprung hattet und die Pille danach, oder der Eisprung sich jetzt gerade angekündigt hat und die Pille danach jetzt nicht unbedingt zeitnah genommen wird. Das heißt, zeitnah wäre es gut, wenn ihr innerhalb von 24 Stunden die nehmen würdet. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, bis zu 72 Stunden sind möglich, aber so schnell wie möglich umso besser. Und es kann eben sein, dass wenn tatsächlich schon eine Befruchtung stattgefunden hätte, dass es halt nicht zu einem Abbruch kommt, sondern dass es tatsächlich zu einer Schwangerschaft kommen kann. Also es ist nicht immer ganz sicher, wenn man die genommen hat und vielleicht auch zu lang gewartet hat nach der Verhütungspanne, dass man dann nicht schwanger werden könnte. Nichtsdestotrotz, wenn ihr merkt, oh Gott, da ist irgendwas schiefgelaufen, was macht ihr? Ihr könnt entweder in der Apotheke, das werdet ihr beraten und bekommt dann auch die Pille danach. In der Regel sollte man tatsächlich 15 bis 16 Jahre alt dann schon sein, weil die fragen natürlich nach dem Alter und müssen das auch nochmal abchecken. Und ihr müsst sie bezahlen erst mal. Und dann könnt ihr die von der Krankenkasse wieder erstatten lassen. Oder wenn die Zeit reicht, geht ihr zu eurer Frauenärztin, Frauenarzt, lasst euch ein Rezept ausstellen und dann bekommt ihr sie in der Apotheke auch zwar auch nochmal mit einem kleinen Gespräch, aber dann kostenlos oder diese, wenn ihr jetzt schon 18 seid, mit diesen 5 Euro Rezeptgebühren. Bei Privatversicherten muss ich immer darauf hinweisen, die müssen es auf alle Fälle erst mal selber bezahlen, können es aber dann bei der Krankenkasse einreichen. Also wie gesagt, es ist kein Verhütungsmittel. Also nicht denken, das mache ich jetzt und dann mache ich das nächsten Monat wieder und und und, weil diese Hormone schon sehr stark auf den Körper einwirken und es kein Verhütungsmittel ist. Macht euch Gedanken im Anschluss, wenn es euch passiert ist, warum ist mir das passiert, was ist passiert, was kann ich ändern. Und gegebenenfalls auch gerne bei mir anrufen oder in eurem Jugendzentrum bei euren Schulsozialarbeitern nachfragen und die können euch Kontakte herstellen oder im optimalen Fall tatsächlich nochmal mit der Frauenärztin, mit dem Frauenarzt reden.